Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was für ein Tisch ist das jetzt? Im Prozess will ich immer alles wissen. Es gibt so ein Missverständnis, dass der Kreative seinen Freiraum haben muss. Den Freiraum schafft man sich, wenn man so viel Informationen wie möglich hat. Auch all die schlechten Informationen, all das, was nicht geht. In meiner Meinung nach ist es ein anderes Bistro im Markt. Was ist neu in der Zeitung des Bistros? Was ist neu? Ich mag Partner oder Auftraggeber, die ihre eigene starke Haltung haben und nicht zu allem Ja sagen, sondern einen auch wirklich herausfordern. 20 Jahre alt, 25 Jahre alt, als ich zu Milan kam, hatte ich eine ganze Woche nachschauen und sehen Exhibitionen. Und ich würde das noch gerne noch machen. Und heute bin ich noch hier für eine ganze Woche. und wahrscheinlich mein Freiraum ist compressed bis zu 2.30 Uhr. Ich bin sehr interessiert über Furniture, aber ich muss neue Furniture finden, um... In order to... ... Das war's für heute.